ja ihr netten menschen da draußen ich denke jeder weiß mittlerweile dass battlefield 42 nicht mehr so der renner ist oder eigentlich auch gar nicht war und wir hätten natürlich ein schöneres spiel vorgestellt aber wir haben eigentlich so schönes spiel gekriegt und jeder der nach ein altes battlefield auf dem rechner hat egal wahrscheinlich was es für uns ist jedes battlefield ist wahrscheinlich besser und ich habe jetzt tatsächlich ewigkeiten kein battlefield 4 mehr gespielt das würde ich jetzt gerne einfach mal tun mal gucken was da also los ist gerade auch wie die server sind also wie die serverauslastung ist bei meinem letzten mal war es immer so dass man gut man hatte vielleicht nicht mehr eine millionen server aber man hatte auf jeden fall noch ausreichend server und gerade dies server die man sich so in favoritenleiste gelegt hat bei der ja weil man halt immer darauf gespielt hat weil vielleicht die einstellung des servers cool war da waren auch immer die gleichen leute drauf und ich vermute fast ohne dass ich jetzt geguckt habe dass es immer noch so ist dass dieses server relativ voll sind und wahrscheinlich wenn man jetzt über die tage oder wochen oder monate oder stunden spielt wird man auch die leute wieder sehen die man natürlich in der freundesliste hat aber trotzdem weiß man ja wenn man einen server wenn ich jeden tag einen gleichen server spiele dann erkennt sie auch die die menschen an ihren namen also so ist es halt immer gewesen und ich bin jetzt hier rein battlefield 4 und habe mich einfach schon mal gewundert okay man kann ja zum beispiel links gar nicht mehr bin gar nicht wenn ich für 42 aus wählen was wundert mich tatsächlich weil eigentlich sollte man ja schon meinen wenn man in battlefield im battlefield franchise unterwegs ist dass man da auch ja alle aktuellen spiele hat in der zahlweise gehen das hier nicht warum das so ist weiß ich nicht deshalb so und was ganz wichtig ist für mich auf jeden fall man kann jetzt in dem einzelnen spiel auf den soldaten gehen und man hat halt alle möglichen sachen ich meine ihr wisst ihr seht ich bin damals battlefield 4 hatte ich alles gespielt irgendwann wurde origin manchmal nach gehackt und so dass ich keine spiele mehr hatte also ich konnte auf diesen account nicht mehr zugreifen deswegen habe ich dann irgendwann neuen account gemacht habe dann auch jahrelang kein battlefield generell mehr gespielt bis ich dann irgendwann gesagt gut im sale war das für welche 4 4 5 oder 10 euro dabei habe ich mir halt geholt habe dann irgendwann letztes jahr 2021 wieder neu angefangen ja bin jetzt bei 119 und habe generell noch nicht viele sachen freigeschalten wie man sieht es ist noch etwas offen ist halt so man sieht dann auch ich habe also empfiehlt fünf habe ich nicht weil ich bin von battlefield 1 war ok aber ich bin battlefield 1 nie so richtig warm geworden und als es dann raus kam dass battlefield 5 dann halt auch irgendwo nun welt in der verstrichen nur ein weltkriegs shooter wird gesagt nee das will ich möchte mich tatsächlich nicht holen ich bin halt wirklich bei battlefield 4 dann wieder zurück ich bin wieder zurückgegangen als ich hatte battlefield 1 gekauft das gespielt bleibt bippapo sieht man ja selber level 88 also auch nichts besonderes battlefield 4 dann geholt battlefield 4 dann hatte ich tatsächlich auch damals relativ oft oder wirklich lang gespielt habe ich hier in dem fall in dem account natürlich nicht weil wie gesagt gehackt bippapo auch wenn man hardline nicht wirklich als battlefield bezeichnen kann das weiß denke ich jeder der das spiel gespielt hat und ich möchte tatsächlich jetzt einfach mal gucken was denn battlefield 4 was denn da los ist und ich habe natürlich und ich sage euch jetzt die ganzen positiven sachen die ich an diesem spiel einfach toll finde weil es so ist wie es meiner meinung nach sein sollte nämlich startzeit erstmal bippapo man könnte alles auswählen und die ganzen server die ich letztens gespielt habe dann irgendwelche favoriten schnelles spielen battle packs und optionen ich weiß gar nicht was das ist achso ein schnelles spiel etwas im trend ist oh ansehen gut das ist jetzt egal multiplayer kampagne habe ich in dem fall hier nicht gespielt der soldat ist mir persönlich sehr wichtig und das ist auch das was meiner meinung nach irgendwie in battlefield 42 fehlt nämlich dass man so sein eigenes stats man besitzt gut man kann jetzt natürlich 42 sich die einzelnen spezialisten hier unten auswählen und dann einzeln drauf gehen aber man sieht halt solche sachen punkte pro minute kills generell die kd gut sieht man glaube ich auch nicht so wirklich und wenn dann sagt man wo sie steht ist auch egal also solche sachen sieht man halt überhaupt nicht oder halt nur ganz versteckt so dass ich gar nicht gerafft habe kann ja auch sein ich will ja hier niemandem zu nahe treten gut install ist mir jetzt erstmal egal und mehr brauchen wir jetzt also auch nicht so gehen auf jeden mal multiplayer schnelles spiel easy squad beitritt spiel mit einigen freunden es ist jemand online der ich jetzt wirklich groß beibringen möchte testgelände hatte ich nicht aber in server browser und das ist ganz wichtig weil ich finde da hat es damals schon abgezeichnet dass es immer noch ausreichend server gab wo immer noch was los ist so jetzt haben wir hier ein bisschen was ja ist halt ein bisschen was ich habe natürlich auch ein paar sagen wir mal einstellung eingestellt dies vielleicht verhindert es ganz 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 viele server gezeigt werden geil ist natürlich erst mal ihr könnt selber auswählen auf der auch bleibt vor allem nicht nach jeder runde rausgeschmissen werde das ist ja nun bei 2445 der fall dass er nach jeder runde rausfliegt warum das ist sagte sagt euch keiner offiziell vielleicht hat es damit wirklich was zu tun dass die attachments meist nicht freigeschaltet wurden wenn man weiter auf dem server bleibt favoriten ist natürlich geil ihr könnt euch eure favoriten natürlich woher sagte spiel darauf gern hier auch anzeigen lassen und beziehungsweise ihr könnt selber server als favoriten markieren oder halt entfernen und das natürlich was man so letztens kürzlich gespielt hat jetzt sieht man ja kürzlich ist natürlich auch ein witz weil ich habe kürzlich nichts gespielt egal und ich finde das macht schon mal viel aus wenn man da irgendwie ja klar man 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 kennt es halt man 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 spielt ein spiel was man halt kennt logisch aber man hätte sich ich persönlich hätte mir gewünscht dass ich auch bei 442 so spielen kann dass ich zumindest mal diesen reiter hier so spielen kann dass ich sagen will ich will mein server aussuchen ich will favoriten hinzufügen und ich will vielleicht auch sehen mensch letztens hatte ich so eine geile runde auf server xy habt ihr mir als favoriten gespeichert aber ich kann ja sehen welcher es war und ja ist leider nicht so und ich finde das ist schon mal sehr wichtig und es macht auch allein schon aus diesem spielgefühl was man so kennt also wie gesagt ich habe das jetzt das stand glaube ich in origin gerade es war das letzte mal im oktober 2021 jetzt haben wir fast februar schon von also sagen wir mal jetzt bleiben wir im januar stehen haben wir auf jeden fall schon mal drei dreieinhalb vier monate lassen es vier monate sein nicht mal gezockt und man fühlt sich irgendwie heimisch und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen bei 20 42 es gibt natürlich klar man wollte das spiel ausrichten hat man danach ganz schnell hätte man es feststellen müssen dass dieses spiel nicht dahin gehen wo es hingehen sollen aber gut ich ärgere es nur dass man jetzt das geld ausgegeben hat für ein spiel was eigentlich irgendwie unfertig war aber das sind auch so themen jeder der in irgendeiner weise sich mit battlefield beschäftigt hat diese themen schon acht milliarden mal gehört und ja man kann es auch das 29 milliarden mal ansprechen weil es nervt einfach aber man möchte natürlich auch irgendwann abschließen damit deswegen bleibt bei der 20 wird sie einfach jetzt liegen ist halt so wenn da was cooles kommt dann gucke ich natürlich gerne mal rein es ist logisch aber bei battlefield an sich das ist was diesen kanal ausgemacht damals und dass ich auch im battlefield franchise in dem in dem in dem in dem franchise bin ich halt bei heimat des spiels seit battlefield 2 und habe dann natürlich entsprechende durchsagen spielerfahrung das heißt nicht dass ich extrem gut bin aber zumindest mal weiß ich was kaum gestochen ist und ich kenne tatsächlich bei welt 4 jede jede map eigentlich und bei 42 habe ich bei vielen maps eigentlich immer das gleiche gesehen weil man hat halt auch immer nur auf der gleichen seite action gehabt und die vielen großen karten die es gibt und wie gesagt nicht irgendwie so cool gemacht dass es irgendwie auch spaß machte so ist das leben gut ich möchte jetzt in dem fall dann wirklich nur mal hier rein wollte ich noch mal ich also generell reinschauen was ist ja los ich würde es mal nächsten versuche ein nächstes video mal zu machen und man zu testen wie das jetzt generell abläuft das ganze prozedere bleibt am ball ich hoffe ihr spielt dann auch irgendwo habt euch vielleicht mit der thematik 2040 abgefunden indem ihr sagt ihr spielt trotzdem oder abzeit beiseite gelegt und später wieder ein altes spiel ein altes battlefield und seiner da wieder sagen wir mal positiv gerichtet und lasst euch unterkriegen 2042 wird entweder tot sein es ist ja schon tot vielleicht haben wir noch irgendwo die hoffnung dass es doch wieder auferlebt wir wissen es leider nicht naja so ist das leben bis zum nächsten mal hau rein tschau